Herzlich Willkommen bei ChrisTV. Wie ihr seht, habe ich mich ein bisschen verändert in Clip 3 und die Go 2. Du kannst ja das Thumbnail machen, dann wundern sie sich. Was für ein Ding? Kennst du mich? Na klar. Weiteren Video und zu allen Händen. Da geht ja schon gut los. Was für die stolzen Schwerte. So, wie gesagt, fangen wir klein an. Feuchte Aussprache. Das kann doch nicht sein, da ich spuck hier alles voll. Das ist die Sharp GTB, nee, G. Mann, Alter, ist doch nicht zu fassen. Bluetooth-Lautsprecher, den, 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 den. Beides auf jeden Fall sehr, beides auf jeden Fall sehr hochwertige Geräte. Beide auf jeden Fall haben sie ihren, beide haben ihren, beides auf jeden Fall sehr hochwertige Geräte. Beide auf jeden Fall sehr hochwertige Geräte. Junge. Beide auf jeden Fall sehr hochwertige Geräte und halt auch sehr nützlich. Und, äh, dieses Handy auch auf Voloch. Könnte mal einer das hinterher besser machen? Es lädt nicht. Es lädt nicht. Geil. Ey, was ist das denn jetzt hier? Boah, heftig. Äh, das Ding mal zu am, äh, den, äh. So, heute geht es erst mal klein weiter. Und zwar fahre ich heute zu in... So, heute geht es erst mal klein weiter. Und zwar habe ich jetzt gespuckt? Ja, ich habe gespuckt. Äh, wie gesagt, es geht immer weiter, bis wenn... Ne, nochmal. So, sind wir wieder zu Hause ange... Einfach zu schnell. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Ne, das war... Ach man, das ist fette Reihenfolge. Links und rechts gibt es nur... Aber das gibt's doch gar nicht. Ey, jetzt geht tatsächlich mein Handy aus. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. So. Das kann nicht wahr sein. So. Das kann kein Handy rein. So. Untertitelung des ZDF, 2020